du bist king du bist king quasi du bist boss 2.0 oder was okay rein da also die samples sind wirklich gut gepickt das sind alles diese atmosphärischen flächendeckenden klänge mit diesem video du bist du glaubst du bist du die sonne bist für mama zwischen bauten aus beton du bist wenn du nicht nach ausreden suchst und dir sagst wenn es einer von hier raus schafft dann du bist geil wenn du dich nach ausreden suchst habe ich vorhin schon mal angesprochen sehr sehr geil wir sind alle manchmal leute die nach ausreden suchen und die schuld immer bei den anderen suchen und immer das unschuldslämpchen spielen aber ich finde es eine sehr große gabe die schuld bei sich zu suchen weil es sind nicht immer nur die anderen es ist geil wenn du die ausreden nicht bei anderen suchst ist auf jeden fall wichtig so ich gebe mir auch sehr sehr große mühe die fehler bei mir zu suchen wenn du nicht nach ausreden suchst und dir sagst wenn es einer von hier raus schafft dann du bist wenn du in schlechten zeiten stets noch die extra meide gehst weil dann kämpfergeist dich trägt bist du ready wenn die einzelkampf wollen denn lieber schluchst du dein blut runter als deinen eigenen stolz ich muss es sagen die trams sind wieder nicht mein ding ich muss es sagen die trams sind wieder nicht mein ding die extra meide gehst weil dann kämpfergeist dich trägt bist du ready wenn die einzelkampf wollen denn lieber schluchst du dein blut runter als deinen eigenen stolz du bist denn du machst dein ding mit fleiß und disziplin für dich zählt allein der sieg du gibst ein scheiß auf das remis du bist mit fleiß und disziplin für dich zählt allein der sieg du gibst ein scheiß auf die remis das ist geil dinge das sehe ich auch 100 pro bei mir dinge scheiß auf remi dinge ich will den sieg geil ist das feiere ich bei jeder scheiße dinge ist egal ob es bierpunkt dart fußball one on one basketball egal was es ist dinge du kannst du mir zocken was du willst fifa ich will den sieg ich bin hoch ehrgeiziger mensch dinge du machst dein ding mit fleiß und disziplin für dich zählt allein der sieg du gibst ein scheiß auf das remis du bist denn du bist ein kämpfer der hasselt paradox wenn es ein traum ist der dich nächtelang wach hält du bist du bist ein kämpfer der hasselt paradox wenn es ein traum ist der dich nächtelang wach hält paradox das ist eine geile line paradox wenn es ein traum ist der dich nächtelang wach hält wenn du bist ein kämpfer der hasselt paradox wenn es ein traum ist der dich nächtelang wach hält du bist wenn du mehr gibst als du nimmst den fehler nicht bei anderen suchst sondern im spiegelbild trennen du bist gleiche teile wie vorher bei anderen suchen ist geil mehr gibst als du nimmst ist auch so das habe ich auch von meinem vater so das ärgert mich aber manchmal so im freundeskreis ich glaube das wird jeder jeder der mit mir zu tun hat würde sagen das stimmt dass ich mehr auf jeden fall mehr gebe als nehme so ist manchmal ein bisschen ärgerlich weil du dann irgendwie so durch die blume manchmal sowas zurück erwartest weißt du willst du denkst dann irgendwie guck mal ich mach das und das und das dann gib doch auch mal so wenn es dann halt nicht kommt ist halt der fehler wenn du was gibst dann dann gibt es ohne zu erwarten dass die anderen leute das gleiche tun aber so so geben so wirklich ich habe mir vielleicht sagen wir einfach mal eine zahl ich habe in meinem leben mir 1000 klamottenstücke gekauft und davon habe ich bestimmt 250 verschenkt alter oder so wenn es ums essen geht wer holt fleisch fürs grillen oder wer bringt brötchen zum frühstück mit oder so da ja wenn du das licht hast in deinem blick nie dein willen dran zerbricht denn du musst king sein für die kids du bist king weil für dich kein berg zu groß ist dein blick fokussiert weil kein stern zu hoch ist berg zu groß stern zu hoch ist ganz cool ist aber nicht mein song muss ich ehrlich mit euch sein ich bin auch bei du bist boss war auch nie so mein song das ist zwar ein cooler song ich fand die das erste mal richtig gecatcht hat er mich so als ich die unplugged version von kolle gehört habe da hat er mich auf jeden fall nicht krass getatscht so aber auf jeden fall mehr als die studio version ist aber so ist ich bin nicht der ich bin nicht so derjenige der diese kolle fällt diese diese kolle diese motivations hymnen von ihnen das ist das das ist zwar cool und alles richtig was er da sagt kann man auch in den größten teilen im größten teil unterstreichen und so aber das ist nicht so das was mich packt diese motivation songs irgendwie das ist auch generell diese motivation songs ist wieso das ist so kontra car style so brauche ich nicht dinge ich bin werk zu groß ist dein blick fokussiert weil kein stern zu hoch ist du bist king weil du jeden schmerz gewohnt bist denn du hast das herz seines kings oder du bist ja ja du bist boss ist der meist gestreamte song von ihm ja er kann ja sein das ist ja schön für den er kann sein auf jeden fall ich sag ja auch nicht dass der song schlecht ist ich sag ja nur der das ist das ist nicht das was was ich brauche für mein für mein leben ja du hast vielleicht das herz eines kings aber ich habe den holy hydration drink von meinem partner holy strawberry nein das ist gar nicht strawberry sauer kirsch 100 prozent vegan so gut wie kein zucker mineralien kokoswasser elektrolyter alles in einem check es aus zweiter link in der video beschreibung gönn dir einen schluck auf mich cheers my friend gibt rabattcode für neuen bestandskunden eis und energy drinks auch mit rabattcode rein da 100 prozent vegan ab geht weiter sklave des systems in dem hamsterrad zu drehen finde ich gut Für das Risiko, den harten Weg zu gehen, statt die Schatzsklave des Systems in nem Hamsterrad zu drehen. Du bist King. Nur ein Ziel, dass du nie kampflos aufgibst. Dass die Trying in Get Rich für dich nur Randnotiz ist in der Uni. Das, äh, dass du, Schand, äh, was? Nur ein Ziel, dass du nie kampflos aufgibst. Dass du nie kampflos aufgibst und dass die Trying in Get Rich für dich nur ne Randnotiz ist. Bezogen auf den Titel von 50 Cent, Get Rich und Die Trying, also werde reich oder sterbe beim Versuch dabei. Ähm. Dich als Sklave des Systems in nem Hamsterrad zu drehen. Du bist King. Wenn du ein Ziel hast und nie kampflos aufgibst. Dass die Trying in Get Rich für dich nur Randnotiz ist. In der Uni sitzt bis drei. Doch um sechs wieder aufstehst, nur um deine kleine Schwester in die Schule zu begleiten. Du bist King. Wenn du Probleme erkennst. Dich nicht für jeden fucking Zehner, den du spendest, deren Man nennst. Du bist King. Geil, feier ich, Digga. Das feier ich. Die Line ist geil. Das feier ich, Digga. Das feier ich. Wenn du Probleme erkennst. Dich nicht für jeden fucking Zehner, den du spendest, deren Man nennst. Ich wollte jetzt gerade so ein paar, so ein, zwei Situationen von mir aus dem Alltag erzählen. So, ne. Aber dann habe ich die Befürchtung, dass ich genau da reinrutsche. Dass ich, dass man denken könnte, ich will mich dadurch als Ehrenmann. Oder so profilieren oder hinstellen oder so. Wenn ich jetzt sage, egal, deswegen sage ich es einfach nicht. Das sind wirklich so Dinge, die muss man vielleicht auch für sich behalten. Oder man macht es wie Mois und filmt sich halt dann dabei. Du bist King. Vielleicht nicht reich, aber vieles. Und vom bisschen, was dir bleibt, versorgst du eine Familie. Du bist King. Denn du weißt den Wert eines Mannes. Erkennt man an seiner Art, wie er die Schwächsten behandelt. Du bist King. Aber die Lines sind schon sick, Mann. Die sind schon sick. Das ist ja so ähnlich wie die Lines. Das Gesicht eines Mannes erkennt man, wenn er zeigt sich. Wenn er reich ist. Denn du weißt den Wert eines Mannes. Erkennt man an seiner Art, wie er die Schwächsten behandelt. Du bist King. Also scheiß drauf in die Haten. Ich bin auch nicht reich geboren. Glaub mir, ich weiß wovon ich rede. Es war Fighting Spirit. Blick hoch, weil nur Sky ist. Ey, je länger der Track geht, desto mehr catcht er mich doch. Ich bin auch nicht reich geboren. Glaub mir, ich weiß wovon ich rede. Es war Fighting Spirit. Blick hoch, weil nur Sky ist the limit. Schmerz geht, Stolz bleibt und ich weiß, dass du King bist. Du bist King. Weil für dich kein Berg zu groß ist. Dein Blick fokussiert, weil kein Stern zu hoch ist. Du bist King. Weil du jedem Schmerz gewohnt bist. Denn du hast das Herz seines Kings. Oder du bist King. Hallo, ich bin sehr ADHS-like wie du. Und ich recherchiere in Bezug auf den Song Mama von Koller. Das einzige Sample, was ich finden konnte, war Asche. Du meinst aber, du hast einen US-Producer, meinte er hat die... Aber Asches Producer meint, er hat die Melodie... Ja, kann ja sein, dass es selber gebaut ist. Ey, danke erstmal für deine Recherche, auch mit dem ADHS. Fühl ich auf jeden Fall voll. Danke für deine Recherche, Crybaby. Das ist ja kein Lüge. Das ist ja eine Akkordabfolge, die ist ja jetzt nicht so Outer Space. Jetzt ist er nur... Und jetzt hast du... Bruder, warum hast du das getan? Du hast doch selber ADHS. Jetzt bin ich doch selber wieder da hängen geblieben. Und jetzt kommt... Ist es das? Hab ich's? Ich mein das. Ich mein das. Das mein ich aber. So, danke. Okay, jetzt bin ich... Ich merke, ich merke... Guck mal, ihr merkt's alle. Und ich spreche's jetzt an. Ich merke, dass ich grad ein bisschen durcheinander wirke. Aber für mich ist es voll okay. Ich will nur sagen, dass ich verstehen kann, wenn ich ein bisschen nerve. So, okay? Nur damit ich's mal gesagt habe, ich bin grad ein bisschen... Nicht aufgewühlt oder so, aber ich merke, dass es so... Ich bin sehr zerstreut mittlerweile. Zeig der Welt, wer du bist. Gib auf die Hater keinen Fick. Du bist King. Schau in den Spiegeln und sag, wer bin ich ich? Denn du hast das Herz seines Kings. Jetzt fängt der schon wieder an. Das lass ich auch nicht los. Na, Surviving the Time. Ist aber ein neuerer Song, ne? Na, oder? Das ist doch... Oh. Ja, der hat das gleiche Sample. Ich liebe dieses Sample. So, und jetzt ist gut. Thema durch. Ey, wie viele Songs haben wir denn noch? Weil ich... Ey, ich sag euch jetzt mal Real Rap. Das Outro will ich echt ungern in meinem momentanen Modus machen, Alter. Ich glaube... Dass wir das so machen, dass ich noch Halbmond-Sichtel mache und dann machen wir... Ey, das Outro... Ey, das Outro kann ich nicht. Und da will ich volle... Das kann ich nicht heute machen, Digga. Halbmond-Sichtel. Boah, fängt geil an. Ja, Sonic Crockett kenn ich natürlich nicht, aber ich würd sagen, unangefochtener Boss sei zu hell, der Tape, oder? Reimt sich natürlich nicht auf das Reimwort, weil er braucht den Boss der Bosse Reimen. Aber... Also, für mich warst du der unangefochtene Boss, allerseits zu hell, der Tape. Yeah. Unumstrittener King im Game, sei Boss der Bosse. Blonder Don im Tester, Rosser Cockpit, so wie Sonny Crockett. Läuft mit Office für Machtkämpfe und Kielne-Snitch. Dafür reicht die blanke Handfläche plus Pinky-Ring Palast. Gag... Und Kielne-Snitch. Dafür reicht die blanke Handfläche plus Pinky-Ring. Der ist auch geil. Für Machtkämpfe und Kielne-Snitch. Machtkämpfe und Kielne-Snitch. Dafür reicht die offene Handfläche plus Pinky-Ring. Dafür reicht die blanke Handfläche plus Pinky-Ring Palast. Gänge gedimptes Licht. Vor dem Tor zwei... Handfläche plus Pinky-Ring Palast. Gänge gedimptes Licht. Geil. Blanke Handfläche plus Pinky-Ring Palast. Gänge gedimptes Licht. Vor dem Tor zwei Bodyguards. Mein Habitat gleich dem Shangri-La-Himalayas. Cash mit... Ey Bitch, ich brauch keine Bodyguards. Was glaubst du, mit wem ich hier rede? Der Song ist ziemlich alt. Die Zeiten haben sich geändert. Aber damals hat Kollegah noch gesagt, er braucht keine Bodyguards. Tor zwei Bodyguards. Mein Habitat gleich dem Shangri-La-Himalayas. Mein Habitat gleich dem Tralala. Himalaya ist geil. Cash wird gestapelt. Unentschlossen zwischen Million Dollar. Smile und Sieger grinsen, also lächel ich gar nicht. Labo-Gidi-K... Was? ...gleich dem Shangri-La-Himalayas. Cash wird gestapelt. Unentschlossen zwischen Million Dollar. Smile und Sieger grinsen, also lächel ich gar nicht. Auch ne krasse Line. Unentschlossen zwischen Million Dollar. Smile und Sieger lächeln, also lächel ich gar nicht. Labo-Gidi-Kickdown full speed dollar. Boah, Double Time, Digga. Ja, okay. Smile und Sieger grinsen, also lächel ich gar nicht. Labo-Gidi-Kickdown full speed. Ninety-Green-Rip, dann cool schießt. Lass mal dein Gott, was ein Smalltalk. Du und ich rede nur mit Multis. Schick Shooters aus Russland. Disziplin wie im Gulag. Denn im Business geht's um Kopf und Kragen, wie Sturmaske, Turban und Burkas. Es ist Kato-Demo. Geht's um Kopf und Kragen. Gulag. Denn im Business geht's um Kopf und Kragen, wie Sturmaske, Turban und Burkas. Es ist Kato-Demo. Disziplin wie im Gulag. Denn im Business geht's um Kopf und Kragen, wie Sturmaske, Turban und Burkas. Sturmaske, Turban und Burkas. Kopf und Kragen ist gut. Disziplin wie im Gulag. Denn im Business geht's um Kopf und Kragen, wie Sturmaske, Turban und Burkas. Alle Digga, das ist schon krass, ich bin ja nicht so der Double-Time-Fan, aber ich find das schon nice. Aber Millionen in Vakuum-Folie hinter der Wand, so wie Schass, ich Spione hinter der Wand sind hinter der Wand, so wie Schass, ich Spione, ich kam von der Straße nach oben, nur mit Selbstjustiz, beständig sein, hervorgestiegen zum Empire, nicht mit Empathie, sondern MP5, für Rapper-Beebs oder Menschlichkeit, nix mit Gnade wie n Koks-Kartell, sag mir, wo sind deine Faith-Rapper hin, aus dem Blick geraten wie n Toh-Kartell? Aus dem Blick geraten wie n Toh-Kartell? Geiler Aussieg! Das erinnere mich an, ähm, dunkelte Scheiben, äh, funkelte Reifen, verdunkelte, verdunkelte Scheiben, funkelte Reifen implizieren der Bosses-Bag. Geil, geil, geil. Das ist gut. Das ist, das ist, ey, das holt voll die Nostalgie aus mir raus, irgendwie diese, diese, dieser Hook. Da, da sind so viele Hommagen drin und so viele Zeilen und so viele Worte und so viele Flows, die aufgegriffen werden, das ist cool. Rhetorische Frage, Kohliger mit dem geladenen Gewehr ist der Boss. Erst der Song auf dem Album, ne, geh ich auf keinen Fall mit. Kohliger, da mit dem bedrohlich geladenen Gewehr ist der Boss. Selfmade King mit dem Alpha-Gain. Iconic Shit, seit ZHT, las Rapper hängen an... Pitpuls und AKs 2, das Song seh ich leider auch nicht. Mann, äh, weh ich leider auch nicht. Ich find ihn cool, so. Kalgenstrecken bei Mitternacht unter der Alpen und Zischen. Immer noch die Eins auf der Straße, Respected. Immer noch am Schein ist die Platinum-Kette. Immer noch der Boss in diesem Sauhafen, immer noch busy mit meiner Scheine hoch zu starteln zur Decke. Macht es Schatten Geschäfte, wie Kali Kartelle, beim Cutten von Päckchen im flackernden Lämpchen. Nicht mal wenn man mich mit 20 Valium-Tabletten vollpumpt und von den Laster schmeißt, dann kann mich das bremsen. Alle von Päckchen im flackernden Lämpchen. Mega nice Einschieb. Immer noch die Eins auf der Straße, Respected. Immer noch am Schein ist die Platinum-Kette. Immer noch der Boss in diesem Sauhaufen, immer noch busy mit meiner Scheine hoch zu starteln zur Decke. Immer noch der Boss in diesem Sauhaufen, immer noch damit beschäftigt meine Scheine Stapeln zur Decke. Immer noch am Schein ist die Platinum-Kette, immer noch der Boss in diesem Sauhaufen, immer noch busy mit meiner Scheine hoch zu starteln zur Decke. Immer noch busy mit meiner Scheine hoch zu starteln zur Decke. Schatten Geschäfte, wie Kali Kartelle, beim Cutten von Päckchen im flackernden Lämpchen. Nicht mal wenn man mich mit 20 Valium-Tabletten vollpumpt und von den Laster schmeißt, dann kann mich das bremsen. Alter, das ist ne richtig krasse Stelle. Beim Cutten von Päckchen im flackernden Lämpchen, nicht mal wenn man mich mit 20 Valium-Tabletten... Das ist so clean, Alter. Nicht mal wenn man mich mit 20 Valium-Tabletten vollpumpt und vor den Laster schmeißt, kann mich das bremsen, Digga. Schatten Geschäfte, wie Kali Kartelle, beim Cutten von Päckchen im flackernden Lämpchen. Nicht mal wenn man mich mit 20 Valium-Tabletten vollpumpt und von den Laster schmeißt, dann kann mich das bremsen. Angefangen mit nur einem Traum und dem Ehrenwort an mich, ich kaufe Mama eine dicke Villa. Immer wenn sie auf die Arbeit fuhr, Schule schwitzen und die Zeilen auf die Beats kicken in dem alten Kinderzimmer. Das berühmte 15 Euro Mike, aber ich spitze Killer Punches im Sekundentakt, ich hatte niemals Rückenfüller. Keiner wollte damals an mich glauben, also ging ich einfach los in Richtung Horizont mit zwei Nachrichten ausgestreckten Mittelfinger. Das ist schon krass. Das ist schon echt fucking clean, Digga. Das ist auch echt krass. Was ich an diesem Double Time auch echt mag ist, dass während der Rapper so hoch und runter geht in deine Teile. Da geht so melodisch mit. Kicken in dem alten Kinderzimmer. In dem alten Kinderzimmer. Ich kaufe Mama eine dicke Villa, immer wenn sie auf die Arbeit fuhr, Schule schwitzen und die Zeilen auf die Beats kicken in dem alten Kinderzimmer. Das berühmte 15 Euro Mike, aber ich spitze Killer Punches im Sekundentakt, ich hatte niemals Rückenfüller. Keiner wollte damals an mich glauben, also ging ich einfach los. Berühmte 15 Euro Mike, aber ich spitze Killer Punches im Sekundentakt, ich... Ein 15 Euro Mike, aber ich spitze Killer. Ich hatte niemals Rückenfüller. Keiner auf die Beats kicken in dem alten Kinderzimmer. Das berühmte 15 Euro Mike, aber ich spitze Killer Punches im Sekundentakt, ich... Punches sind... Punches sind... Punches sind... Ah, des ist wirklich anspruchsvolles Double Time. Wenn du so Double Time wie Mutter... Deine Mutter... Deine Mutter... Deine Mutter... Dann gibt's schon so Double Time die Kammern mit rapp, Digga. Ne? Die Double... Aber das sind wirklich Worte, die sind wirklich schwer. Ich schule Schwitzen und die Zeilen auf die Beats kicken in dem alten Kinderzimmer. Das berühmte 15-Euro-Miker war ich Spittekiller, Punch, das ist im Sekundentaktik, ich hatte niemals Lückenfüller, das kann man ihm wirklich hoch anrechnen. Er hatte wirklich, also nie ist natürlich schwer, nie ist so ein kompromissloses Wort, aber nahezu nie gehe ich mit bei ihm, ja. Das ist im Sekundentaktik, vor Schule schwitzen und die Zeilen auf die Beats kicken in dem alten Kinderzimmer. Das berühmte 15-Euro-Miker war ich Spittekiller, Punch, das ist im Sekundentaktik, ich hatte niemals Lückenfüller, keiner wollte damals an mich glauben, also ging ich einfach los in Richtung Horizont mit zwei nach hinten ausgestreckten Mittelfinger. Also ging ich einfach los in Richtung Horizont mit zwei nach hinten ausgestreckten Mittelfinger. Keiner kann mich stoppen, nein, ich setze mir ne Sache rein in meinen Kopf und zieh die Scheiße durch, egal was kommt und darum nennen mich auch sogar meine Feinde, oft mit Fug und Recht, einen Boss. Ich hasselte, struggelte, kam in abgefuckten Lagen auf der Straße, weil ich nie lang fackelte bis Mitte 20 Stress mit den Cops, Mitte 30 mit der Politik und Medien, denn ich rede immer dachlis, yeah, yeah. Das ist schon fucking clean, Digga. Weil ich nie lang fackelte bis Mitte 20 Stress mit den Cops, Mitte 30 mit der Politik und Medien, denn ich rede immer dachlis, yeah, yeah. Meine Vision, sie geht über Geld hinaus, wie der Boss himself, nachdem er heute Money Rain macht in seinem Elternhaus. Er geht über Geld hinaus, wie der Boss himself, nachdem er heute Money Rain macht in seinem Elternhaus, danke Mama, danke Papa, euer Sohn ist ein absoluter Motherfucker. Ja, okay, nice, Alter, geil. Stimmt, du sagst was Gutes, A, Dizzle. Ich höre selten einen Double Time, bei dem, am Telefon wo, ich höre selten einen Double Time, bei dem ich auf Anhieb alles verstehe, das ist richtig, Alter, stimmt. Da hat man schon eigentlich alles verstanden, das ist schon... Lage, Kohliger, da mit dem bedrohlich geladenen Gewehr ist der Boss, Selfmade King mit dem Alpha-Gen, Iconic Shit, seit Z.H. Taylors, Rapper hängen an Kalgenstricken, bei Mitternacht oder der Halbmond sich im... Lippe Musik Kroniker, der Besitzer der Alpha-Gen, immer noch aggression, immer noch Barstraura, Raterbo pasta announced. Mo, total, du doch See, ich bin der themacher, das erste zu Hater. Das hier ist mein Monument, hier, League Gaming, Illinois, agent, Kollege, Poss 때는 die Systemaああ sucht. Alle Album-Titel aufgezählt, ne? Nein, nein, nein. Also, Leute, wir müssen wirklich, wir machen am Freitag weiter mit den Reactions. Ehrenwort, wirklich, Real Rap. Okay, Mann! Ey, ich wurde jetzt hier, ich habe gerade zu meiner Twitch-Community, für die Leute, die es auf YouTube jetzt sehen, ich habe gesagt, so, ich habe mir jetzt schon viele Tracks am Stück reingepumpt, so. Meine Auffassung lässt langsam nach, beziehungsweise meine Auffassungsgabe und auch mein Sprachgebrauch, ihr hört es vielleicht schon im Intro, so, lässt ein bisschen nach. Und ich wollte eigentlich mit voller Aufmerksamkeit und mit allem, was dazu gehört, hier in dieses Outro reingehen. Aber ich wurde drangsaliert und dazu genötigt, jetzt nach mehr als drei Stunden Stream hier noch reinzugehen. Okay. 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 Auf eure Verantwortung. Dicke, ich kann doch nicht so, Alter, ich muss doch da voll jetzt da sein, das ist ein coller Outro, Dicke. Du schaffst, das ist easy. Ja, ja. Und jetzt kommt gleich wieder so ein, der braucht wieder ein bisschen Ding, Alter. Und ich werde hier komplett gesteinigt, wenn ich es jetzt sofort raff. Schon wieder Outro, oder was? Oh, nice. Das, äh, äh, das ist, äh, 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 Hottails. Welches Hottails ist das? Ich erinnere mich an Hottails. Ähm, und ich höre, sie ist richtig sauer. Ich merke, sie ist richtig sauer, doch ich höre nur mit einem Ohr hin, so wie Niki Lauda. Das ist Hottails, Dicke. Das meine ich. Visier Beat, Kollege, 2009. 2009 hat er gerade gesagt. Hat er gerade 2009 gesagt? Ich heul gleich. Hat er 2009 da gerade gesagt, oder? Das ist, äh. Boah, das ist nice. Das ist, das könnte schon geil sein. Ja. Geil, mega einzig. Ich find's auch sehr, sehr erfrischend, dass er die Doubles hier weglässt am Anfang. Die Doubles sind da gar nicht nur bei Blessings vom Himmel. Da sind die Doubles extrem drin. Guck mal, dann gar keine Doubles. Dann die stritten Best Friends, die gingen Päckchen, verticken zu Ketten, die blinken und Magnums, die klicken. Blick nach oben Richtung Horizont mit fettesten Grinsen. Schließ den Rolls Royce Umbrella, fallen die Blessings vom Himmel, dass ich das G-Malzer fick. Mein Pinky Promise an mich. Die Legacy zeigt, war nie der, der was er versprochen hat, bricht. Unser Weltbild, goldener Schnitt. Lifestyle der Sch... Vielversprechend wie Stotterer. Die Legacy zeigt, war nie der, der was er versprochen hat, bricht. Unser Weltbild, goldener Schnitt. Lifestyle der schönen Eis auf Quartiers. Manchmal bleibt die Zeit dadurch stehen, reicher denn je. Back to the bone, ich hoffe, der Preis für ein schönes Leben ist kein hässlicher Tod. Macht im Rap-Game... Back to the bone, ich hoffe, der Preis für ein schönes Leben ist kein hässlicher Tod. Coole Line. Ich mag ja diese Gegensätze, wisst ihr? Ja, back to the bone, ich hoffe, der Preis für ein schönes Leben ist kein hässlicher Tod. Macht im Rap-Game Millionen ohne ein Quent Emotion. Immer vom hohen Ross herab wie Better Will Fone. Hip-Hop-Weik im... Scheiße, ey, warum sagt der da vom hohen Ross herab alles? Bringt der irgendein Polo-Spieler von... Wer ist denn da vom hohen Ross, digge? Better Will Foden, digge. Who the fuck is this guy, digge? Rap-Game Millionen ohne ein Quent Emotion. Immer vom hohen Ross herab wie Better Will Fone. Hip-Hop-Weik im... Rich for Life, Kid. Das Bündel, das man trägt, sollte nicht aus Sorgen, sondern nur aus 50ern bestehen. Ey, yo, Künstler... Das Bündel, das man trägt, sollte nicht aus Sorgen, sondern nur aus 50ern bestehen. Better Will Fone. Griechischer Krieger, auf Pferd, okay. Ich for Life, Kid, das Bündel, das man trägt, sollte nicht aus Sorgen, sondern nur aus 50ern bestehen. Ey, yo, Künstlerisch gesehen bin ich King seit Tag 1 und wenn ich gehe, dann nur in meiner Prime. Manchmal, weil Vergleiche sind immer ekelhaft, aber ich finde, das ist bemerkenswert, wenn Leute es schaffen, in ihrer Prime zu gehen. Das hat für mich so den Stefan-Raab-Touch. Ich finde auch, sowieso, ein Kollege erinnert mich eh manchmal an Stefan Raab. Und Stefan Raab auch manchmal an Kolle, so von der, einfach von diesem, dieses gefühlte Alleskönner-Gen. Versteht ihr, was ich meine? Oder Toni Kroos, ja, gehen in seiner Prime. Ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn man so in seiner Prime geht und als Legende geht und es selber schafft, aufzuhören. Das ist eigentlich was Wertvolles, auch wenn ich natürlich dem ganzen Nachtrauer hier. Und wenn ich es immer noch nicht glauben kann. Digga, wir sind beim Outro, ich glaube es immer noch nicht. Keine Grenzen in meinem Leben seit Tag 1 und wenn ich gehe, dann nur in meiner Prime. Keine Grenzen in meinem Leben. Es ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich gehe. Solange mein Spirit mir den Weg weist. Das Boss ist recht, das Auge tränen gleich. Wenn ich gehe. Geile Hook. Geile Hook. Mag ich komplett von der Melo. Keine Grenzen in meinem Leben. Es ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich gehe. Solange mein Spirit mir den Weg weist. Das Boss ist recht, das Auge tränen gleich. Wenn ich gehe, dann in meiner Prime. Keine Grenzen in meinem Leben. Es ist noch lange nicht zu Ende. Alle geile Hook, er wiederholt sie einfach und bricht es nicht ab, dieses Hookschema. Geil. Wenn ich gehe, dann in meiner Prime. Keine Grenzen in meinem Leben. Es ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich gehe. Solange mein Spirit... Das Boss ist recht, das Auge tränen gleich. Wenn ich gehe, dann in meiner Prime. Und wenn ich gehe, leg mir das Buch Gottes in den Sarg rein und schreibt es auf meinen Grabstein. Ich kam von Blockfights zu Spotlight und stand bis zum Ende. Graviert es in den Grab, Marmor Block ein. Denn ich stand für gerade stehen, auch wenn Orkane wehen. Gegen Wände hält sie, die sich wie eine Fahne drehen. Wenn Dingo. Gerade stehen, auch wenn Orkane wehen. Gerade stehen, auch wenn Orkane wehen. Gegen Wände hält sie, die sich wie eine Fahne drehen. Gegen Wände hält sie, die sich wie eine Fahne drehen. Das laut doch geil. Gerade stehen, auch wenn Orkane wehen. Gegen Wände hält sie, die sich wie eine Fahne drehen. Ich stand für gerade stehen, auch wenn Orkane wehen. Gegen Wendehälse, die sich wie ne Fahne drehen Stand für Prinzipien, für die Powerhustler Also ich bin mir sicher, dass es kein Marvin-Diss ist, aber man könnte es auf jeden Fall durch das Wort Wendehals verstehen. Es passt, würde ja aus Kolles Sicht auch auf Marvin passen, so, weil vielleicht sieht Kollegah das ja so. Wenn Ding oder so was... Ich glaube nicht, dass Marvin gemeint ist. Nee, glaube ich nicht. Außer der Marvin ist ja mittlerweile, was heißt, der ist ja auch sehr, der lobt doch Kolle voll, der ist doch eigentlich voll so, wie der auf Lobeshymne-Tour, oder? Hat Bushido Marvin fallen gelassen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Echt jetzt? Nein, oder? Ich finde die Betonung interessant. Es geht wieder in diese Motivation. Für mich ist das irgendwie... Ja, ich weiß, ich weiß, es ist kein Alpha-Gene und es ist auch kein Boss-Aura, Boss der Bosse und es ist kein Zuhält der Tape. Trotzdem hat es für mich nicht so diesen... Outro-Character, Digga. Mit den Platzwunden Für die Jungs, die meine Lieder im Knast pumpen Gegen das Abstumpfen Für das Aufwachen Für statt Aufgeben Es geht halt auch wieder in dieses Du-bist-Boss-Motivations-Gerede rein, weißt du? Gegen den Egoismus Okay, Tony E.P. Ja, ja, die Tony E.P. ziehen wir uns komplett rein. Wirklich, komplett. Ehrenwort. Für die Menschlichkeit Gegen Krieg, gegen Hass, für Gerechtigkeit Und gegen den Mord an Kindern Gegen den Egoismus Für die Menschlichkeit Gegen Krieg, gegen Hass, für Gerechtigkeit Gegen die Faskier Gegen die Swastika Und nein, ich hab dich nie vergessen, Afrika Für die weißen Kinder Gegen die Pädophilen Gegen Genozid als... Okay, jetzt gefällt's mir. Das geht jetzt nämlich von der Motivationsrede weg, sondern das ist einfach mal ohne poetisch drumrum geschnörkelt, einfach mal Fakten angesprochen. Das find ich geil. Gegen die Pädophilen Gegen Genozid als Antwort auf Genozid Gegen Massentren... Gegen die Pädophilen Gegen Genozid als Antwort auf Genozid Gegen Genozid als Antwort auf Genozid ist auch echt gut, Alter. Gegen die Pädophilen, dieses... Dieses Pädophilen Ding, Alter, ist auch erschreckend... Ist auch irgendwie erschreckend präsent grad in dem Deutschrap-Kosmos, gell? Digge Für die weißen Kinder Gegen die Pädophilen Gegen Genozid als Antwort auf Genozid Gegen Massentrends Gegen Plastikrap Gegen Hauptsache Cash, das in die Kasse schwemmt Für meine Kassenfans Gegen die Player-Hater Gegen das Meta-Mail-verseuchte-Game Und gegen Faker Für die Demogänger Gegen die Politik Hat Kolle eigentlich jemals was zu seiner Box selber gesagt? Oder ist sie gar nicht so schlecht, wie Adlerson gesagt hat? Das Antwort auf Genozid Gegen Massentrends Gegen Plastikrap Gegen Hauptsache Cash, das in die Kasse schwemmt Für meine Kassenfans Weil ich dachte da grad dran, weil dieses So wie das Video von Adlerson aussah, war das ja schon so Ich will nicht sagen verarschend Das ist ja auch aber So hochwertig sah die Box nett aus Und ich sah jetzt auch nicht so aus, als wäre die irgendwie dem Preis entsprechend gewesen, oder? Ganz normale Box Okay Für den Boss untypisch halt, okay Fand die Box geil Okay, naja gut Gegen die Player-Hater Gegen das Meta-Mail-verseuchte-Game Und gegen Faker Für die Demogänger Gegen die Politik Die halten Kohle hinterm Berg, wie das Ruhrgebiet Gegen das Großregime Politik Unsaubererei im Ruhrgebiet auf Politik, aber nein, Kohle hinterm Berg, wie das Ruhrgebiet Gegen die Politik Die halten Kohle hinterm Berg, wie das Ruhrgebiet Gegen das Großregime, das uns unten hält Gegen eine nur von buntem Geld regierte dunkle Welt Stand gegen Korruption Gegen Gossip Talk Stand für Gottes Wort und Preise ist wie im Gospel Chor Stand gegen sich verstecken Stand für da rauslaufen Alles einreißen und neu wieder aufbauen Stand für das geradebleiben Auch in harten Zeiten Stand für jeden, der das fühlt, was ich hier gerade schreibe Keine Grenzen in meinem Leben Es ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich gehe Solang mein Spirit mir den Weg weist Das Boss ist rechtes Auge, tränen leicht Aber warum rechtes Auge? Also, ich will jetzt damit nicht irgendwie in die rechte Ecke drücken, auf gar keinen Fall Aber warum rechts und nicht links? Spirit mir den Weg weist Das Boss ist rechtes Auge, tränen leicht Wenn ich gehe, dann in meiner Pride Keine Grenzen in meinem Leben Es ist noch lange nicht zu Ende, wenn ich gehe Solang mein Spirit mir den Weg weist Aber rechte reimt ja nicht Nee, nee, Arschi, wozu wir Wegen reiben Das Boss ist Solang mein Spirit mir den Weg weist Das Boss ist rechtes Auge, tränen leicht Also wenn sich was reimt, dann linkes Solang mein Spirit mir den Weg weist Das Boss ist linkes Auge, tränen leicht Also wenn reimt, dann reimt sich links Weil die Isel von Spirit drin ist Das rechte Auge steht für Emotionen und das linke für Verstand Vielen lieben Dank, das ist genau die Erklärung, die ich gesucht habe Danke Wenn ich gehe, solang mein Spirit mir den Weg weist Das Boss ist rechtes Auge, tränen leicht Wenn ich gehe, dann in meiner Prime Yeah Wenn ich gehe, dann in meiner Prime Co-Liga, der Boss Still King 2024 19 Jahre Rap-Karriere Und wir neigen uns dem Ende zu Alles hat ein Ende Wer hat denn mal neigt sich dem Ende zu Da hat doch mal ein Rapper auch eine Line gebracht Wir neigen uns dem Ende zu Alles hat ein Ende Meine lieben Freunde Jeder da draußen, der mich jemals auch nur in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat Ich danke dir Ich danke meinen loyalen Fans Meinen Supportern Die das möglich gemacht haben Was passiert ist Im Namen meiner Familie Vielen Dank an den Einzelnen von euch Digge Jetzt wird's wieder so ekelhaft emotional grad auf einmal Im Namen meiner Familie Vielen Dank an den Einzelnen von euch Der kann, der geht nicht Digge Ich danke meiner Familie Für die Unterstützung Für alles, was sie mitgemacht haben Für den Support Ihr seid ein Armee Ich danke Gott Für alles Es ist so Das ist schön Ich hab mir wirklich Ich hatte vor Ich hab das auch schon ein paar Mal erzählt Ja Vor Vier Monaten Ich hab ja seit 15 Jahren Oder so Immer mal wieder so depressive Phasen Und Angstzustände und so Ich kenn das Aber vor vier Monaten Hat mich eine Panik und Depressions- und Burnout- und Überforderungswelle Heimgesucht, möchte ich fast sagen Die, wo ich wirklich gedacht habe Ich muss wieder in die Klinik Ich brauch wirklich wieder stationär Ich brauch wirklich stationär wieder eine Runde Klarkommen So, oder Ich So, oder Alles war voll mit Sorgen Alles war Zu viel Alles war beängstigend Alles war Ich weiß nicht Einfach Too much So, oder Und an diesem Tag Immer Ich hab immer früher Das ist auch eigentlich ekelhaft Weil ich nutze damit ja Gott aus Oder ich bin eigentlich wie ein schlechter Freund Der seinen Freund immer nur dann anruft Wenn er was braucht Und so hab ich eigentlich so mein Verhältnis zu Gott Zu Der höheren Macht Zu meinem Schutzengel Zu demjenigen, der mir das alles ja ermöglicht hat Der mir dieses Riesengeschenk An Leben geschenkt hat Geführt Und ich hab vor vier Monaten War das wirklich so schlimm Dass ich wirklich dann Ich lieg dann wirklich abends Das ist auch so ein Akt der Verzweiflung dann so Dass ich wirklich nicht weiß Wohin mit mir Mit meinen Gefühlen Alles so, ne Ist alles too much Und ich liege dann abends da Und Es ist ein Strohhalm Nach dem ich greife Und ich bete Zum lieben Herrgott Ich bin so am Ende Ich bin so Ich bin so ausgelaugt Ich bin wirklich fertig So Ich kann nicht mehr So Mein Leben kommt mir vor wie ein Scheiterhaufen Und es nützt dann nichts Dass ich hier Hunderte Tausende von geilen Leuten mit euch habe Das Natürlich nutzt es auch was Aber in dem Moment ist es Nicht greifbar so Weißt du Es ist zwar da Aber es ist Man fühlt nichts Man fühlt nur außer Man fühlt nichts außer Leere Trauer Überforderung Panik Nichts So Und ich habe angefangen zu beten Dann wieder extrem Und seit diesen vier Monaten Bei Gott Du bist mein Zeuge Jeden Abend Liege ich seitdem da Auch ich Auch wenn es mir gut geht Ich weiß Manche Gottgläubigen Und gläubigen Menschen Übertreiben ihre Rolle Ich mag das auch nicht Ich habe Ich habe Ich finde es geil Wenn man für was einsteht Und wenn man Wenn man an was glaubt Und alles Und Und So ne Aber für mich ist es immer ein Problem Wenn es extrem wird Und ich will jetzt nicht Das nächste Thema aufmachen Mit so Ist scheißegal Extrem ist immer schwer Und ich finde auch Extremer Glauben Wenn es in so eine Sektenrichtung geht Oder So Das ist auch nicht mein Ding So das ist nicht mein Ding Ich habe da diese eine Zeile Von A$AP Rocky Die auf dem Holy Ghost Intro Von seinem Long Live Rocky Album rappt I got my own relationship With God Und das ist für mich So eine Zeile So so Ich bin ein Spinner Okay Ich bin ein Spinner Was sowas angeht Ich bin ein Nerd Was dieses Rap Ding angeht Ich lege mehr Wert Mein schwarzen Humor Mein Alles So ne Und das 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 Womit mein 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 Gebet Meine kurzen Sätze In denen ich mich wirklich Für alles bedanke Mann was ich für ein Leben habe Ich will die Theorie nicht komplett ausspinnen So ich will jetzt nicht übertreiben So ne Ich will jetzt nicht sagen Oh ich hätte eine Blume sein können Ich hätte Die Blatt getrampelt wird Ich hätte Eine Kuh sein können Die geschlachtet wird Ich hätte ein Schwein sein können Was geschlachtet wird Ich hätte ein Hühnchen sein können Was geschlachtet wird Ne Nein ich bin nicht ein Tier Ich bin ein Mensch Und ich bin nicht nur ein Mensch Ich hätte auch in irgendwelchen dritten Welt Ländern leben können Wo ich Von Wo ich vielleicht schon gestorben wäre Wo meine Familie weg wäre Wo ich Ähm Viel mehr um mein Leben fürchten müsste Nein nicht nur Ich bin Ich bin ein Ich bin kein Tier Ich bin ein Mensch Und ich bin nicht mal in diesen dritten Welt Sondern ich bin in Europa Und ich bin nicht mal in Europa Sondern ich bin in Deutschland Eins der sichersten Länder überhaupt Also ich hab so viel Glückslose gezogen Und ich bin in Deutschland Und ich bin jetzt bei Deutschland Okay und ich hab sogar Eine wohlhabende Familie So ich hab finanziellen Background Ich hab Dach über dem Kopf So ich hab keine Armut Ich hab All das hab ich Es gibt kein Wort Auf der Welt Was meine Dankbarkeit Ausdrücken kann Ich hatte mehr als Glück Ich hatte mehr als Glück Und dieses Glück Ist kein Zufall Da ist jemand Der mir das gegeben hat Und diesem Herr Danke ich Diesem jemand Danke ich Wer auch immer das ist Nenn ihn Ja Nenn ihn Allah Nenn ihn Buddha Wie Sammy Deluxe In seinem Track Gott sei Dank rappt Und mein Gebet Hört jeden Abend auf mit Danke für alles Und daran muss ich grad denken Als Kolle gesagt hat Danke für alles Ich bin ausgeartet Und es war grad sehr deep für mich Es war wirklich Es ist emotional für mich Ähm Yo Für alles Mach mal ne Cut Du steigert sich sehr rein Ja Kann sein Still King kommt zum Ende Aber wer weiß Meine lieben Freunde Vielleicht sieht man sich ja Irgendwann wieder Ich sag mal so Es ist wie beschlagerne Badezimmerspiegel Freunde Irgendwann sieht man sich wieder Irgendwann sieht man sich wieder Irgendwann sieht man sich wieder Ja 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 wie krass betont er da grad bitte Ja klar Deine Augen waren leer Die letzten Jahre Doch dein Licht strahlt wieder warm Allein gegen die Welt Du nahmst dein Glück in die Hand Sie wissen nicht wie's ist mit dem Rücken zur Wand Du hast das gut gemacht Sei mal stolz auf dich Du bist immer viel zu streng mit dir Sei mal stolz auf dich Seit 20 Jahren wollen sie dich mit Dreck bewerfen Hier stehst du immer noch Ich weiß du wirst lächeln sterben Da draußen in dem Sumpf voll mit gottlosen Wie geht das grad? Hier stehst du immer noch Ich weiß du wirst lächeln sterben Da draußen in dem Sumpf voll mit gottlosen Bist du eine wunderschöne Blume Halt den Kopf hoch Achso sein Spiegelbild Ich schau dich an Spiegelbild Ein letztes Mal Ich schau dich an Wir dachten schon das war's Wir hatten uns verloren Doch jetzt bist du wieder da Dein Blick ist wieder klar Das ist auch geil Das ist immer so Das ist so eine So eine inoffizielle Rapper-Regel Ne? Dass natürlich Reime sehr wichtig sind und so Aber wichtiger als Reime Gerade bei Deepen Tracks Ist die Emotion Und das zu sagen, was du denkst Und wenn du Das sagen kannst, was du denkst Und das gut in einen Reim verpacken kannst Ist das geil Aber wenn du es nicht in einen geilen Reim verpacken kannst Dann kannst du auch mal drauf scheißen Weil die Emotion viel wichtiger ist Versteht ihr? Und für Kolle ist das ein richtig untypischer Reim Wir dachten schon das war's Doch jetzt bist du wieder da Der reimt ja nur da auf war's Das ist ja einsilbig Und das untermalt aber Die Aussage, die ich gerade getroffen habe Das ist einfach die Emotion Dass die Emotion einfach im Vordergrund steht Wie gebild Ein letztes Mal Ich schau dich an Wir dachten schon das war's Wir hatten uns verloren Doch jetzt bist du wieder da Dein Blick ist wieder klar Deine Augen waren leer Die letzten Jahre Doch dein Licht strahlt wieder warm Deine Augen waren leer Die letzten Jahre Allein ist wieder klar Deine Augen waren leer Die letzten Jahre Doch dein Licht strahlt wieder warm Allein gegen die Welt Du nahmst dein Glück in die Hand Sie wissen nicht wie es ist Mit dem Rücken zur Wand Das ist schon geil Boah das hättet schon deep man Das hättet schon deep Alle Sei mal stolz auf dich Du bist immer viel zu hart mit dir Sei mal stolz auf dich Wie er es auch betont Du hast das gut gemacht Sei mal stolz auf dich Du bist immer viel zu streng mit dir Sei mal stolz auf dich Sei mal stolz auf dich Das ist echt so Das ist so bei den ganzen Menschen Warum ist das so Dass man mit sich selber Immer so ultra hart Ins Gericht geht Das ist schon verrückt So ich glaube Der stärkste Gegner Von einem ist man selbst Also bei mir ist es safe so Safe so 100% Und ich glaube es gibt ganz viele Denen es auch so geht Warum ist es so Seit 20 Jahren Wollen sie dich mit Dreck bewerfen Hier stehst du immer noch Ich weiß du wirst lächeln sterben Da draußen in dem Sumpf Voll mit Gottlosen Ja aber das wird ja immer schlimmer Ja das wird auch immer schlimmer Halt dadurch diesen Ich will nicht den Kapitalismus Das ist ein viel zu großes Wort Aber durch dieses Durch diese Ja es ist Ich komme immer wieder Egal wie ich es ausschreife Ich komme immer wieder Auf die sozialen Medien zurück In denen Man nur Gezeigt bekommt halt so Du bist was Wenn du reich und schön bist Und was Wenn du was erreichst Status symbole Hier dies das Gut aussehen Noch ein Filter Noch die Face App Noch dies das Und du Und diese Scheinwelt Die da aufgebaut wird Diese immer Diese ganzen Entwicklungs Hi my cats Mein Sohn kommt gerade Ich weiß nicht genau Wo ich stehen geblieben bin Aber Das Leben was Die Scheinwelt Die um dich herum Aufgebaut wird Diese ganzen Entwicklungen Und alles wie das Seinen Lauf nimmt Und so Das ist ja immer weiter weg Von dem Normalzustand Also du fühlst dich Wenn du diese Medien siehst In sozialen Medien Du fühlst dich ja immer unnormaler Und wenn du dann halt dazu neigst Abzurutschen und so Oder vielleicht so wie du schon Nicht auf Normal bist Sondern zwei, drei Stufen drunter Dann Dann gehst du Dann fühlst du dich halt Wie das letzte Stück Scheiß Und gehst dementsprechend auch noch härter Mit dir selber ins Gericht Ich bin zu streng mit dir Sei mal stolz auf dich Seit 20 Jahren Wollen sie dich mit Dreck bewerfen Hier stehst du immer noch Ich weiß du wirst lächelnd sterben Da draußen in dem Sumpf voll mit Gottlosen Bist du eine wunderschöne Blume Hat den Kopf oben Im Sumpf voller Gottlosen Bist du eine wunderschöne Blume Wirft auch ein gutes Bild in den Kopf Geil Bist du eine wunderschöne Blume 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 Aber das ist so, wie du siehst Bist du eine wunderschöne Blume Insetzungen cah undiec Vielen Dank.